Einen floschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Skywars auf dem gomad.net-Server. Denkt euch jetzt, der gomad.net-Server ist jetzt übel scheiße. Ja, ich weiß, aber die andere Frage ist, wo kann ich das sonst aufnehmen, wo nicht die Leute um ihr Leben schwitzen? Was ist denn das hier für ein komisches Haus? Könnt ihr nicht einfach die Kisten nebeneinander stellen? Meine Güte, hä? Sind... Ihr wollt mir jetzt doch nicht ernsthaft verklickern, dass das hier mein Loot ist, den ich jetzt bekomme für die Runde. Ist doch jetzt wohl ein schlechter Witz hier. Nur das glaube ich nicht. Dieser Goldblock sieht sehr sass aus. Fantastisch. Stein, aber ein richtiger Gamer. Ihr kennt, wo hinter etwas ist. Und unter diesem Goldblock ist ein Diaerz. Ja, oh! Mit dir hab ich gerade nicht gerechnet. Also das finde ich jetzt schon arg frech hier. Ich sehe nichts. Äh, zack. Ich freut mich zwar schon eher heilen, aber dann hätte mich der Typ weggeklatscht. Enderman. Du nutzt dein Enderman-Kit für mich. Also das ist ja sehr charmant. Aber, Moment mal. Also ich glaube zwar nicht, dass noch keiner in der Mitte war. Und mit viel Herzen ist, glaube ich, auch nicht die beste Idee, auf Gomme in die Mitte zu gehen. Aber, guten Stuff könnte ich gebrauchen. Dann räuchern wir den da mal ein bisschen aus. Und die Facecam ist aus einem... Ach, da. Oh, ich wär jetzt... Nicht hier rüber gesprungen. Ha, zack. Da bin ich drauf. Blöd gelaufen, was? Hab ich die Kiste mitgenommen oder hab ich die übersehen? Ich weiß es gar nicht. Äh, so. Wie ist denn der... Die ist sich von außen hochgebaut. Durch runtergesprungen, oder? Wo ist der? Sir? Ach, da oben ist er. Ja, 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 äh. Ich werd wahrscheinlich mal komplett aufs Dach müssen, um ihn wegzuklatschen. Zack. Den hätten wir. Hab ich schon zwei? Nö, jetzt schon. Ah, ich glaube, ich bekomme Besuch. Find ich jetzt nicht so ganz geil. Ja, bei mir sieht's nämlich im Zimmer so halbwegs geil aus. Deswegen... Oh, die fighten gerade. Also einmischen wär da, glaube ich, jetzt die beste Idee. Und das war's wohl mit dem Einmischen. Hey, was ist denn mit dir? Äh, kannst du bitte sterben? Also, er hätte mich nur noch einmal hitten müssen. Aber ich glaub, dann wär er auch tot gewesen. Soll ich hier... Hm, Aken. Bisschen blöde gelaufen. Habe ich noch was von... Ich hab... Ist ja runtergefallen, oder? Also... Äh... Ja, okay. Ich sag... Also, mir... Ich hab vorhin auch schon mal versucht aufzunehmen, dass mir vielleicht das auch schon mal passiert. Aber nur vielleicht. Oh, die Map kenn ich sogar noch. Das ist einer der OGs Map. Wenn du ein OG bist, like dieses Video. Oder wie diese Leute immer ihren Scheiß vermarkten. Keine Ahnung. Hier haben wir... Und ganz oben ist, meine ich, auch noch eine Truhe. Ich nehm den Studios Buchhelm mit. Das nehm ich noch mit. Äh, Dias kann ich eigentlich auch mitnehmen. Später werde ich eh keinen Bock haben, hier nochmal runterzulaufen. Deswegen nehm ich die am besten gleich mit. Ich weiß gar nicht, ob draußen oder hinter der Map noch ne Truhe war. Hier ist noch eine Ender-Schmörl. War noch nicht alles, oder? Also, ich meine, hier gab's noch ne andere Kiste. Auch wenn das jetzt schon drei waren. Wohl, war hier noch ne andere Kiste? Weiß es gar nicht so genau. Ne, wenn dann oben. Aber ich bin auch schon so oft diese Map hier lang gelaufen. Auf der Suche nach Kisten. Das sein kann, dass ich's mir nur noch eingebildet habe. Ja, so ist das wahrscheinlich hier auch. Ich hab gesehen, da drüben ist jemand. Und in der Mitte ist auch jemand, der hat locker Schneebälle. Wir haben jetzt auch so ne blaue Animation, hab ich gesehen. Keine Ahnung. Mich, äh, nervte irgendwie bissl. Der rasiert wieder schön. Der hat nicht gelootet. Also, entweder bin ich gerade lost, oder der Typ, der hier... Oder war hier jemand auf der Insel? Könnte sein, der sich der Typ in die Mitte gebollet hat. Aber das wäre auch gar nicht mal so schlimm. Dann nehme ich mir halt seine Dias mit. Ui, ich krieg... Oh, meine Küche. War das dumm? Das war ja richtig dumm. Oh, der Typ, der denkt sich wahrscheinlich... Ach, war's ein Luter. Oh, ja, 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 ja. Also, ne, 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 ne. Also, das für den Eiern finde ich echt geil von der Animation her. Wir können eigentlich so machen. Ja. Ne, eigentlich gerade nicht so. Zack, geh mal bitte weg. Oh, ich zitter, ich zitter, ich zitter, ich zitter. Ah, das war aber ein guter Kampf. Ich habe mein Maus-Patch schon wieder zum zehnten Mal hier verrückt. Gut, können wahrscheinlich daran liegen, dass er full-deer-equipped war und zwar verzaubert. Aber ich glaube, den hätten wir sonst gut bekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann das nächste Mal beim Livestream. Fünf Jahre der Teddybär wieder. Ist auch alles im Community-Tab gepostet. Weitere Infos seht ihr da. Da gibt es den einjährlichen Geburtstags-Livestream. Ansonsten natürlich auch mit Facecam. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.